So, kam. Bravo-Team. Ah, wieder zu Stadium. Ich mag die Map nicht, man. Naja, mal gucken. Natürlich krasse Waffen hier, ey. Oh, der eine kommt gleich rechts. Der andere ist hin. Links, ganz links bin ich. Oh, wunderbar. Ja, wir sind angeschlagen. Schick mir sie nach Hause. Scheiße. Ja, müssen wir durch. Sind so kleine Kamikazenschießer hier. Hm. Ah, scheiße, rechts. Ach, das ist. Ja. So, war es so verzogen, habe ich. Ah, die kriegen schon Paranoia. Nur bei so einem Alien-Lesen hier. Der Schütze vom Dienst ist unterwegs. Ab, der hat verfolgt. Ab ihn. Sehr gut, sehr gut. Ich werde verfolgt, sagt er. Jetzt hättest du was, äh, Mr. PWE. Ich hab ihn auf den Sack gekriegt, ey. Kommt zu uns. Da muss ich was. Und ein oben drauf. Oh, da. Schön. rinder links mit der jetzt oh nee das mag ich ja gar nicht das ist nur frontal wirklich oh weh der hinten da wirklich gestorben ist wir haben eine mission shit Boah, shit, der war da auch gleich. Oh, schön. Schöne Runde. Keine Gnade. Wo es durchgezogen wird. Schaffen wir doch Holger. Oh nein, der ist so low, der ist so low. Shit. Auf einen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, nice, eine Runde weiter. Oh, geil. Vielleicht nicht so beigetragen, aber okay. Doch, doch. Das ist so witzig sein soll. Aber da haben wir zu kämpfen, die sich auch krass in der Seite studuliert haben. Ja, dann gucken wir mal. Oh, das wird ey. Ah, okay. Ah, das geht doch nicht mehr, oder? Kriegen wir hin, oder? Schaffen wir. Ja, huu. Herzlich willkommen, wir legen los, meine Damen und Herren. Bam. Feuergefecht. Feuergefecht. Geiler, wenn die jetzt aufgeben würden, wäre gut. Ja, war das Tier. Das war. Die Hypertrennen, ganz schön von Weitem schon drin. Wie Lämmer auf der Schlachtbank. Oh, schön. Geht das noch keiner raus? Ist das hier im Tunnel drin? Der andere ist hinten rechts. Mann. Puh. Wie sich meine Schüsse angehören habe. Wie ist das denn? Wer ist da weg? Naja, das ist nicht der Weg. Eine weg. Oh hihihi. 10 Sekunden Da ist ein Tunnel, links ein Tunnel Oh Mann Hey neee Abgekämpft den Hartnäckig geworfen Shit jungen Jupp, zack zack ging der Scheisse Aber wir geben nicht auf Wir geben nicht auf Er hat direkt wieder meinen Kopf gebrochen Hahahaha So schlimme Waffen, Alter Ja, Mann Ah, er hat mit die... Okay, war es ja schon Ja Schmutz Alter, das ist ja auch kacke Ja Was alle Angriffe ist, Alter Deine ist rechts hier Eine Runde für Rund Dann konzentriert Schön Sehr schön, sehr schön Kann ja nicht sein, dass die hier Ja Ne, das kann doch keiner sein Ne, das kann doch keiner sein Irgendwie kann das... Da ist sie rechts auch Ja, bei mir ist auch keiner Aber sehr doll angefixt Schön Stolz auf uns Stolz auf uns Oh, die ist da schmutz Schmutz Wo ist er? Scheisse... Ach da Wollte gerade sagen, aber es ist zu spät wieder rein Ja, ist schon wieder so eine spannende Map Ja, so eine spannende Runde Ja, so eine spannende Runde Da hinten rechts ist er bei sich Finde ich für Shit Wir sind am Ziel, Bereichen Wir haben den Vorteil und müssen ihn behalten. Schöne Dinge, schöne Dinge. Ihr kennt eure Aufgabe, also los. Oh, beide in den Tunnel. Einer oben drauf. Der andere misshintert ihr hier drinnen irgendwo, Gammel. Shit! Konntet schaffen wir. Oh shit. Ah, da hinten wieder bei sich links, oh fuck. Boah, nice. Boah, geil, Alter. Das wird noch mal spannend, ey. Puh, richtig hinsetzen, ne? Die Taschen sind warm. Oh, nein! Shit, Junge. Nice. Juhu! Guck mal neben mir die Handgranate. Ah, sieht man sich. Die ist hier noch neben mir, Alter. Ja, nice. Oh, schöne Dinge, ey. Schön, schön, schön. Spannend, der mit seiner Mecke da rechts. Sieht echt geil aus. Warte. Ah, schau. Spät. Ja, ja. Du sagst das. Batzer! Vorrück und Feuer, los! Einer ist schon oben bei mir. Da, wo ich hoch ging, rechts. Jetzt hinter die rechts. Der Ende der Mission, Soldat! Jetzt hinter die rechts. Ich krieg noch sechs Schuss. Schön. Alles leergeballert, Alter. Alles leergeballert, Alter. kommt auf, ich war dann ein bisschen geboren. Einer rechts und einer links, Siege. Zwei Siege, macht weiter Druck. Oh. Oh. Okay. Schön. Oh. No, yo. Oh. Doch deine. Da kommt einer bei dir gleich. Ach, scheiße. Die schießt gar nicht automatisch. Kacke. Shit. Oh. Oh. Fünf Runden sind geschafft. Noch eine und wir gewinnen. Was ist denn bei denen los? Hm. Eine Runde noch und wir haben geschafft. Ja, es gibt Taktikspieler so wie wir. Wir gucken ja wohl. Oh. Hat er dich? Ja, klar. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Oh, die hauen wir jetzt aber aus dem Hocker, alter. Ja, das werden wir ja auch nicht. E-N-Halke gekickt. Ab alle, halt weg. Wir hatten genug für euch. Uff, schön. Ist dann der Lockerlein auf dem Kopf geschossen, ey. Sehr gut, sehr gut. Drei Kills, ja. Wie sind die in den Halbfinale gekommen? Ja, fragt mich auch. Ich habe Yoga-Freiheit gefragt. Wartet ihr das Halbfinale oder was wartet jetzt hier gerade? Hahaha. Die haben wir zerberstet. Warten die schon auf uns? Das Speedboard ist auch eine nice Map. Aber das ist unsere Map eigentlich. Digga, das schaffen wir. Ich bin stolz auf dich! Hahaha. Shit. Jetzt nicht. Oh, Fuß. Nein da. Bleib cool! ней. Die Runde ist verloren, aber wir geben uns noch nicht geschlagen. Ja. Kann nis mehr sehen. Kein nichts mehr sehen. 1 mal getroffen ich habe voll die Zuckung gekriegt ich sagte gleich, ich will schütz oh, ich war gerade noch so gekriegt wo ist der Name? Adel was machst du bitte? da drunter ja, hier steht da nichts mehr musst du mal gucken ich habe Angst ich komme in die Mitte ich habe den aber auch nicht mehr getroffen, die olle Katze das jetzt nicht oh, einer kommt links oh, die sind so flink, Junge vergesst es jetzt, wir haben eine Mission rein da, bleibt cool na, guck mal oh, einer kommt links gerannt die Katze kommt von rechts ja, wir sehen fuck unfassbar, unfassbar ok, das ist nichts zu bedeuten ok, das ist nichts zu bedeuten kommt schon wieder einer von rechts gerannt shit shit, man 30 HP 30 HP nice nice wir hängen in den Seilen jetzt bloß nicht verlassen gehen wir an die Arbeit mal einmal getroffen der trifft mich in den Seilen zweimal, Alter der ist schon angehettet, auf jeden Fall oh, ja, da ist er oh, ja, da ist er nice alter mach weiter Druck mach weiter Druck mach weiter Druck mach ich muss er scheiße ja, der ist zartner scheiße einer von links von dir der schon hinter mir war der kacke du bist so gott, alter wir müssen aufpassen diese dreischusswaffe ist so heftig weiter auf andere Seite weiter auf andere Seite ach der ist oh shit shit hab ich mich erschrocken, Alter wo ist er? äh hinten links bei sich ja genau der hinten war er hier? ja hier? ja was, Alter, immer noch nicht tot? shit 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 komm jetzt dicker streng dich an pfff 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 geing pfff pfff neiiiinii!!! za da waren Finale sag ich dir naja man hat ein işte ich glaube auch anders framing vorgestellt pfff 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 shit oh neiii Scheiße, streng dich an! Du musst es holen! Einer kommt rechts um gewand Einer ist angehittet Okay Enten Oh Gott, Alter, ist entspannt Scheiße, ich bin hoch angehittet Dolle Na ja, geht Ja, ja, der ist im Container hier GG, Bruder GG GG, Alter Dicker, Alter Kick mal, ich hab nix, nix, nix Ja, Dong Wer ist der Boss von uns von Dong Clan? Wer? Natürlich ich, Bruder GG, Alter Wir haben das Finale gewonnen Ich hab die Wir haben das Finale gewonnen, Bruder Ja, Mann Alter, wie geil Schön, schön